in deutschland hast du gelernt bei bei goetheinstitut oder bei kaugummiautomaten in deutschland ja ich stelle dir eine entweder oder frage und du antwortest mit ja was soll ich mit dir machen sag mir ok nur investieren dein geld und profit machen ach so ja sehr gut klar klar können wir machen so bitcoin und so oder was ja genau was geil geil cool was hast du erzähl mir mein bruder ok zuerst brauchen sie in konto aktivieren ja ich brauche ihnen konto aktivieren ja ok ok so haben sie laptop mit internet oder handy naja computer mal ehrlich was sagt mir ehrlich was schief gelaufen bei dir können sie noch mal wiederholen ich habe gefragt was ist schief gelaufen bei dir shift ja shift was ist schief gelaufen bei dir ok aber doch sie sind kein unser kunde noch nicht nein noch wenn sie sind ich nenne was nennen ok was ist los mit dir stehst du unter drogen oder bist du psychisch labil warum warum du klingst als wärst du besoffen oder hättest du motten im kopf oder oder steckdose zu oft angefasst ich weiß nicht was passiert als du klein warst bist du runter gefallen haben dich geschlagen oder oder was ist passiert du kannst mir sagen ich dir helfen verstehst du okay sie haben eine gute möglichkeit zu extra 500 euro pro monat haben aber ja wirklich so viel ca 500 oder 600 das ist cool du bist guter mensch erzähl mir wie kann ich machen ok zuerst aktiviert bitte deine konto 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 mein konto ist aktiv ich jeden tag überweisung machen aber naja keine aktiviert woher kommst du was hast du gesagt ich sagte woher kommst du davor habe ich blöd gesagt woher kommst du ok was meinst du blöd das ist ausdruck von verwunderung und abscheu zugleich bei mir weißt du ich weiß ich weiß was meinst blöd woher kommst du mein bruder sag mir du kannst mir alles sagen nur homo ok aus slovakai aus slovakai blöd und wo ist deine firma in wien blöd in wien blöd cool warum man bei wien arbeiten blöd ich wohne in lwis in wien ja wirklich hast du staatsbürgerschaft von oster reich ja die werden die wieder wegnehmen ich sag's dir dafür sorge ich was was bitcoin ok bitcoin ok aktiviert bitte da in trading konto wie geht das was ich mache ok galaxy trade punkt cc cc du hast die cc filme oder was die habe ich nie angeguckt galaxy trade punkt c c c fliege ja warte ich muss erst computer anmachen ok öffnen sie dein handy wie alt bist du sag mir bratan 28 ja du hörst dich an wie 50 50 50 50 und du ich bin 31 gut und woher kommst du ich komme aus kalkutta kalkutta india richtig ok ok und wie viele jahren wollen sie in deutschland 13 jahren gut 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 so ich habe computer was soll ich machen ok open öffnen in browser ok galaxy trade wir schreiben wir schreiben kannst du buchstabieren 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 ok galaxy g 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 A X X Y Upsilon, ok T T T Teppich Teppich, ja das wundert mich nicht, dass du das Wort kennst Ja, weiter Ok R Was? Rot R Rot Ja A A D D E E wie Eger oder was? Ja, Ecke Ecke, gut Ok, Punkt Ja C C C, C Was das für komische Adresse, was heißt C, C Chaos Computer Club oder was? Ja, ja Ja? Krasse Scheiße, blöd Ja Ok, Seite aufmachen Das ist Russische, Russische Ich weiß, blöd Warum, blöd Warum nicht Warum nicht? Darum, blöd Du bist total cool, blöd Können wir Freunde sein? Mein Gott, mein Gott, ok Gras 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 habe ich nicht, ist verboten bei Deutschland Ich habe Pizze Champignon Champignon Ja Magst du? Ja, ich mag In Amsterdam Krass In Amsterdam Ah, so einer bist du Ah, ich verstehe Ha, ha, ha Gut Hast du was da? Kannst du mir schicken? Hast du verstanden? Ich habe verstanden Ha, ha Ha, ha Ganz, ja, ich wohne in München, blöd Oh, München, wow, wow, grüß Gott Grüß Gott, blöd Grüß Gott, blöd Kein blöd Warum nicht? Kein blöd, bruh Darum Grüß Gott, sukkah Kein sukkah, das ist scheißwort Was sollen wir dann sagen? Kein sukkah Dein mir Vodka Mein Freund, die mir beibringen Vodka ist dein Lieblingsgetränk? Mein Lieblingsgetränk ist Apfelsaft Oh, ich gleich Du bist richtig cool, du könntest Törbücher machen, zusammen mit mir Und so weiter, Kurva Kurva match, blöd Kurva match Taka pschejebana Dobre? Davai, Davai Okay, was weiter Davai, die nachhut, die blöd So, ich bin bei deinem, ich bin nicht bei deinem komisches Internetseite, Alter Was soll ich machen? Sag mir Okay Nur einloggen, einloggen Willst du, was, was bedeutet einloggen? Klar, weiß ich das, brett Ich bin Okay, okay Machen, Registrierung oder einloggen Weiß nicht, hast du Konto für mich gemacht schon, sukkah? Nee Du musst allein machen, sukkah Warum? Darum, darum Es wird, äh, persönliche Account, ja? Persönliche Konto Ah, da muss ich Join the Society klicken, bist du Amerikaner oder was? Ja, genau, genau, mein Freund Krass 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 Gott, warte Ach, muss ich erst Konto jetzt machen, Riedig? Ja Hast du eingeloggt? Ja, warte, ich muss erst schreiben Bin ich alter? Schreiben dein Hier muss ich meinen Namen schreiben Passwort schreiben Telefonnummer schreiben Ja, Name, Vorname Ja, 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 genau, 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 genau So Ich habe es gemacht Fertig? Richtig fertig, blöd Genau wie du, sukkah Ha, 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 ha Das ist kein Zirkus Sprechen wir über Über Geld Ich habe anmelden Ich habe anmelden Und Was siehst du? Weiß ich nicht Wie heißt das? Seite, blöd Okay So, was weiter? Ja, sag mir was weiter Sag, gib bei deinem Callcenter Gib gute Devoschka oder nicht Gut Na, okay Handel, klickt am Handel Ja Klickt am Handel? Neues Ja, ja Ja Und neues Konto Neues Konto Da steht Konten und Verlauf Kann ich andrücken Klick plus neues Konto Mach neues Konto Ach da Ja, cool Kontoname Kontoname Schreibe ich Sucker blöd rein Ja Benennen sie ihr neues Konto Ja Kontoname ist Sucker blöd Oh, das ist schlechte Name Warum? Darum Es wird Hä? Was sagst du? Okay Es wird Extra Geldverdienung Kein Zucker blöd Also ich Kontoname Okay, ne Ich Kontro Extra Geld Verdienung machen Ja Genau Genau Mein Freund Krass Cool Cool Okay Okay Währung Euro Kein Dollar Euro Kein Dollar Euro Euro Na gut Weil du das bist Okay Und danach Handelstkonto Passwort Und Mach es Allein Okay Mach ich Allein Ich mach es mir öfter Allein Ich hab Verstehst du Nur allein Haben sie Noch Fragen Oder Ja Wie viel Geld Krieg ich wieder Okay Es wird 500 Euro Pro Monat Gewinnen 500 Euro Im Monat Ja Es wird Du bist wie der Heilige Nikolaus Blöd Nein Kein Nikolaus Aber du bringst Geldgeschenke Oder nicht Nein Das ist kein Geschenk Das ist Verdienung Ja Verdienung 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 ist gut Oder nicht Du bist guter Mensch Vielen Dank Dass du mir helfen Okay Was soll ich jetzt machen Okay Haben sie ein Handelskonto Passwort Erstellt Ja Ich habe ABC123 Genommen Oh Ich Ich Hallo Ich muss das Nicht wissen Ja Ist schon Okay Du bist ja wie mein Bruder Okay Machen sie Konto angelegt Hab ich schon Okay So Druck Einzahlung Da steht Leverage Was ist Leverage 100 Was bedeutet Hallo Bist du eingeschlafen Bist du eingeschlafen Bratan Ja 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 Was ist Leverage 100 Sagst du mir Okay Mach bitte Einzahlung Ich will wissen Was ist Leverage 100 Sagst du mir Oder nicht 250 Nein Da steht Leverage 100 Neben Guthaben Zwischen Server Und Guthaben Steht Leverage 100 Was bedeuten Was ist das Dabei Überfordere ich dich Gerade Hallo Ey Suka Was ist mit dir Ich kann dich atmen Hören Okay Wie bitte Wie bitte Ich hab dich gefragt Was heißt Leverage 100 Sagst du mir Oder nicht 30% Da steht aber 100 Ja Aber 250 Das ist minimal Ja Aber was heißt Leverage Was heißt das Da steht ein Wort Ja Was heißt das Bist du neu Bei der Firma Bist du Auszubildender Aha Leverage Okay Ja was heißt denn Was bedeuten Ich nicht kenne Bei Indien Bei uns Wird nur Heilige Kuh Kennen Okay Zuerst Einzahlung Und danach Leverage Ja aber Sag mir doch Was bedeutet Leverage Was bedeuten Was ist Bedeutung Von dem Wort Ich nix Ich nix Gern Okay Alter ich beiß gleich in die Tastatur Du regst mich auf Kannst du mir nicht sagen was das heißt Weißt du das auch nicht Ich weiss es Ja dann sag mir Okay Unsere Firma können Können Ihnen Ein Leverage Bieten Ja aber was ist das Was ist das Wort Ich nicht kenne Ich fange gleich an zu singen Ich weiss Ich weiss Ja dann sag mir Dabei Dabei Okay Heute noch So So Wenn Okay Wenn zahlen sie 30 Euro 300 Euro Wie bieten 1000 So Verstehe ich nicht Bist du betrunken Oder irgendwie So Warum denken sie Das ist Wir sind Nikolaus Oder Weil du nicht Mir helfen Ich frage Was ist Leverage Du erzählst mir Was von 1000 Euro Nun sage mir doch Was das bedeutet Ich will das doch nur wissen Kannst du mir Chef geben Kapo Tut mir allein Nein das ist nicht möglich Warum nicht Der Daimina Putin Dabei Dabei Können sie mit Futures arbeiten Mit was Mit bitches Oder CFD CFD Was ist das CFD Was ist das Ich bin Anfänger Ich nicht kennen Hallo CFD Das ist Leverage Ja jetzt Hab dich bei beiden Worten gefragt Was das bedeutet Du erklärst das Eine mit dem Anderen Ist da vielleicht Ist da vielleicht Vor deinen Augen So ein Brett Was du sehen kannst Tüte Das ist kein Future Sag mal Hast du Insektenspray Oder irgend sowas Genommen Oder hast du Kamillendampfbad Gesoffen Du sollst das nur Inhalieren Du hast das Gesoffen Oder Kein Nicht Kein Kamillendampfbad Heute Morgen Ich gehe jetzt Bei Einzahlung Was soll ich machen Hallo Schlafmürze Guten Abend Guten Abend Guten Nacht Mit Rosenbedacht Schläfst du ein Mein kleines Kind Rede mit mir Warum legen die immer auf Wenn ich anfange zu singen Es ist nicht sehr freundlich Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Vielen Dank.